Musik Mit einem Zahlencode mussten wir das Tor des Geländes öffnen und dann fahren wir auf dieser Gravelroad noch 10 Kilometer weiter bis zu dem Zeltcamp. Erika ackert. Und schon wieder muss ein Tor geöffnet werden. Jetzt sind wir gelandet. Schöne Zelte, direkt am Hang aufgebaut, sodass man in das Tal gucken kann. Es ist ein bisschen windig hier oben. Beim Rumlaufen muss man höllisch aufpassen. Hier sind überall dicke Raubmänner in den Büschen. Das Camp am frühen Morgen. Absoluter Stille. Nur die Natur. Man muss sich immer einrichten bei diesen frischen Temperaturen. Es war nachts so kalt, dass auch die Raupen sich erst mal in der Sonne aufwärmen müssen. Überall flitzen die großen Raupen über die Straße. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.